yo leute was geht ab und willkommen auf unserem youtube-channel jt family warte ich hab grad was du meinst, nochmal? ne das ist gut, das ist gut, abend geht's leute danke für die 10.000 abonnenten auf youtube, das macht uns wirklich so stolz danke leute, dafür erstmal ne welle, ich leite an dich weiter, ok? nein, ich leite an dich, ich leite die so, was? ich kann nur anleiten, ok, ok, mach, 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 kein sinn, auf jeden fall dank für die 10k leute, ey das hat uns so glücklich gemacht, das hat uns wirklich glücklich gemacht, das witzigste war, als wir es gesehen haben, wir waren gerade unterwegs abends und horna guckt so, sieht so 10.000 umgeknackt, gell, ich guck horna an, horna guckt mich an, wir haben so gemacht, bruder, 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 wir haben es geschafft, hallo, wir schwitzen, und dann alle anderen so, ich hab so gemacht, bruder, shots für jeden, aus, aus, vom jt, und danach sind wir zum barkeeper gegangen, es war nur Wasser rein, bruder, ich hab nur 5 Euro dabei, nein, nein, nicht Mineralwasser, von wegen Toilette, einmal spielen, so für jeden Gast, weil spielen kostet 30 cent, heute mit einer geilen challenge, mal wieder, und zwar, ähm, werden wir, ja, nein, nicht, oder, ähm, ähm, dicker, bruder, was, bruder, was, bruder, das müssen wir auch einfach, das müssen wir auch nicht sagen, einfach alles, das, alles darf nicht rein, alles darf nicht rein, muss einfach stumm sein, einfach, du darfst gar nichts sagen, ja, sogar gar nichts darfst du nicht sagen, weil da nichts drin ist, ja, man, ja, man, ähm, für die Leute, die die Chelsea nicht kennen, aber normalerweise solltet ihr sie alle kennen, einer ist jetzt hinter der Kamera, die andere bleibt vor der Kamera, wir unterhalten uns einfach ganz normal, und die, die hier sitzt, darf nicht, ja, nein, nicht, ähm, oder sonstiges verwenden, boah, die hat auch selbst gelernt, ja, nein, nicht, ähm, das heißt, wenn ich sage, hey, ja, wie heißt du, boah, wie heißt du, kurz, ach, mit Kameras, mach falsch, mach falsch, wie heißt du, ja, nein, sag erst mal doch den Namen, wie heißt du, Theuta, heißt wirklich Theuta? Nein. Ja, das ist falsch, zu dir hat gesagt, nein, ich würde mal sagen, äh, let's start the party, bevor es jetzt wieder nochmal shots wird, sonst wollt ihr ja gar nicht, ihr wisst ja jetzt, was da drin ist, das wollen wir ja nicht. So, die Frage ist jetzt nur, wer geht nach hinten? Einer muss nämlich immer hinter die Kamera, wir machen, easy, eine Runde, schlägt das nur, komm, ah, ich hab keinen Bock auf diese Schneegewechstange, wie heißt du? Theuta. Theuta was? Meta. 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 Kommst du aus Mainz? Oha, du machst voll schwer, du machst voll schwer, kommst du aus Mainz, ich komm aus Bagdad, sag doch, äh, wo wohnst du? Was? Okay, komm, bleib drin, weil du ein Loser bist. Man geht ja nicht direkt in die 10. Klasse, man geht erst in die 1. Klasse, geh mal in die 1. Klasse. Ich hab nur gefragt, ob du wirklich in Mainz wohnt. Ja, ja, wohne ich. Aber, geh, ich kannste nicht sagen. Du liebst doch AZ, geh? Manchmal. Manchmal? Manchmal auch, äh, Ding. Manchmal. Manchmal mag ich auch mich selbst. Mich selbst? Ja. Wie sehr magst du denn mich selbst? Viel. So 100? Zehn von zehn. Zehn von zehn? Elf von zehn. Und bei ihm, wenn ich den Ärger neun von zehn? Dann ist das falsch. Okay, war es dein Lieblingssong von AZ? Ich hab keinen Lieblingssong von AZ. Liebst du Albi auch genauso wie AZ? Also dein Bruder? AZ lieb ich mehr. AZ liebst du mehr? Was würdest du für AZ so tun? Mein Gott, es kommt gleich raus. Ja, ich liebe AZ mehr. Ja. AZ ist der beste Rapper in meinen Augen. Mein Gott, ey. Ist gerissen, ist gerissen nicht. Horner. Geht's dir gut? Ähm, ja. Nein, da hast du mich rein. Nein. Zeig dir alles gerade. Ja. Ey, ich hab auch zweite Chance. Du hast auch zwei. Ich war grad nicht dabei. Oh, hat's sogar gereimt. Oh, was ist lang. Wieso sagst du nicht einfach, mir geht's scheiße oder so? Nein, fand ich dabei grad, sorry. Drehen wir grad ein Video? Soweit ich weiß. Aber du siehst ja, dass wir ein Video drehen, oder? Ich drehe eigentlich immer Videos. Ich drehe auch nicht jeden Tag Videos. Wir versuchen unser Bestes, würde ich mal behaupten. Du Fuchs. Du dribbelst grad. Hm. Ey, es ist schon spät, oder? Ähm, ich würde mal sagen, dass wir so langsam essen, oder? Abendessen? Nein, Mittagessen. Wer kocht denn? Ja, wer kocht denn immer? Ich würde vorschlagen, dass du auch heute kochst. Ich koch ja immer, oder? Ich mag dein Essen, also. Hätte nichts dagegen. Nein, merkt nicht vom Thema, Karen. Aber hast du überhaupt Hunger? Dieser Luftzug. Ich hab kurz ganz Luft genommen. Ich hab kurz keinen Sauerstoff mehr. Ähm. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Hö, ha, ha. Eng! Ema! Mach das so! Mein Gott, mir ist grad nix eingefallen, wie ich drüben soll. Nö, nö, job, job, nix, nix, nix. Okay, Tudi, geht's dir gut? Nein! Du machst dich die gleiche Frage nicht. Erst, wenn diese Schneiderposition ist, dann bin ich ready. Sieht heute voll gut aus. Danke! Gerne. Von wo ist das Oberfeld? Du siehst auch gut aus. Zara. Zara? Zara. Und ich meinte, von wem? Sind wir schon drin? Von wem? Ja, die sind schon drin. Du sitzt in diesem Schneidersitz. Es gehört dir, aber ich hab's gekauft. Hab ich dir erlaubt, das zu tragen? Wer hat diesen Pulli bezahlt? Das weiß ich nicht mehr. Du wahrscheinlich. Aber er gehört doch mir. Er ist in meinem Besitz. Er war in deinem Schrank. Und der Schrank gehört dir. Also gehört der Pulli dir. Alles klar. Kennst du? Kennst du? Du bist gut, du bist gut, du bist gut, du bist gut, du bist gut. Ich sag ehrlich, ich hab dich nicht. Du kennst doch Zonenbrecher, oder? Weißt du, was ein Zonenbrecher ist? Das hab ich mal in der Grundschule gelernt damals. Kennst du einige? Paar. Nenn mal zum Beispiel einen. Ähm, halt deinen Schnauz. Sag mal, Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaugrau bleibt Blaugrau. Warum soll ich das jetzt sagen? Das noch gar nicht. Warum nicht? Weil. Weil was? Weil das. Sag es doch einfach. Glaubst du, du kannst das? Ich weiß, dass ich es kann. Glauben tue ich es nicht. Ohhhh. Wolltest du kurz diese Wurme? Ey nein. Ich fühl mich grad schwach. Viele kommentieren ja in den Kommentaren, dass wir uns ähneln. Ja. Stimmt das? Ja, aber ich wusste noch nicht, dass es los geht. Aber. Ich wusste noch nicht, dass es los geht. Jetzt, jetzt. Ab jetzt. Jetzt, jetzt. Ich höre. Ey, die sind nicht mehr 1. Klasse. Jetzt sind die 9. Okay. Du gehst grad in die Oberstufe. Konzentrier dich. Okay, okay, okay. Zurück zum Thema. Viele kommentieren ja, dass wir uns ähneln. Ja? Aber wir sind doch keine Zwillinge, oder? Das habe ich auch schon öfter gelesen. Wow. Tut mir leid, Leute. Wie seriös die grad redet. Okay, okay. Aber es stimmt doch, dass dein Anfangsbuchstabe und mein Anfangsbuchstabe für JT steht. Positiv. Du und? Positiv? Sag die, positiv. Positiv. Aber du bist manchmal Corona-positiv. Corona bin ich negativ. Hamdile. Hamdile. Ich merke, dass du schwer Luft kriegst, was wir auch im ersten Fall schon gesehen haben. Könntest du mir vielleicht mein Wasser grad weichen? Ob ich das kann, ist die eine Sache. Ob ich's will, ist die andere Sache. Es geht hier weiter. Ich will, dass du verlierst. Der trockene Hals macht das Ganze noch rein, was du willst. Ich bin nervös. Du bist nervös. Das war nämlich die nächste Frage. Das habe ich gerade erwähnt. Ja, ja. Ob du nervös bist. Das habe ich gerade erwähnt. Soll ich lüge ich, oder was? Ja, du lügst. Das will ich jetzt nicht behaupten. Nicht behaupten! Jodi, wenn du jetzt entscheiden könntest, magst du American oder Deutschrap? Dann würde ich definitiv Deutschrap nehmen. Und woran liegt das? Das liegt daran, weil ich Deutsch kann. Kannst du wirklich Deutsch? Ich kann Deutsch. Welche Sprachen kannst du noch? Ähm, Albanisch. Englisch. Ähm, Albanisch. Et un peu Francais. Kannst Französisch? Et un peu. Vielleicht mal im Deutschen an. Spaniel. Espaniel. Kann ich nicht machen. Aber ich sage dir ehrlich, ich war Spanisch. Ich musste nur diese S machen. Dann kann ich schon mal. Einmal, weil er ist gleich eine Zunge taub. Espaniel. 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 Es ist eine Meistern. Trägst du gerade eine Sternenhose? Ja, das ist tragisch. Ja! Steh mal auf! Ja! Mach dir so wie du siehst! Ich hab ja gesagt! Oh mein Gott! Wie stolz! Ja! Komm! Nein, ich will nicht! Leute, letzte Runde. Hörner wird jetzt zerfleischt wie beim Metzger. Aber wir mögen das gar nicht. Also die Metzger... Boykott-Metzger. Hörner, momentan haben wir ja Ferien. Nein, ist die Runde. Genau, genau. Hast du denn schon Pläne für die Ferien? Ich hab momentan Ferien. Mhm. Pläne. Momentan versuchen wir sehr viele Videos für euch zu produzieren. Ansonsten... Aber du freust dich doch auf die nächsten Ferien. Das sind ja dann die Winterferien. Also die Weihnachtsferien. Um welches zu sein, finde ich den Winter gar nicht mal so schlimm. Ja, okay, gut. Ich weiß doch, was sag ich denn? Du weißt ja, dass ich kochen kann. Koche ich gut, deiner Meinung nach? Leute, meiner Meinung nach kocht Tutti tatsächlich ziemlich gut. Ich hab dir geholfen, weil ich hab gesagt, deiner Meinung nach. Da konntest du direkt sagen, ja, meiner Meinung nach. Ja, da hätt ich eh gesagt. Ja gut, ich mach weiter. Also koche ich besser als du. Übertreibs nicht. Also kochst du besser als ich. Also kochst du besser als ich. Jetzt hast du nicht übertrieben. Aber keiner kocht besser als Mama. Weil Mama ist die Eins. Oh Mann ey, das ich hab echt ne. Bist du auf TikTok unterwegs? Sehr, sehr oft sogar. Begegnet dir da hin und wieder mal ein TikTok-Cringer? Boah, sehr oft. Ich will keinen Namen nennen, aber Aber die mein Vibe. Es geht um zwei. Ey guck wie sie scheint. Ey guck wie sie scheint, ja. Doch einige sind auf jeden Fall da unterwegs auf der Plattform. Und was ist so mit YouTube? Da verbringst du auch ganz viel Zeit, hab ich gemerkt. So in den letzten Tagen. Auf YouTube sowieso. Schon immer. Das ist ja unser Hobby. Hast du auch deine... Da muss man ja aktuell bleiben. Oh, okay. Ja. Bist du das Nachrichtensprecher? Ja, aber man muss ja alles mitbekommen, ne? Chillst du gerne mit mir? Ne, das ist ein Geschwister. Ich hab keine Wahl. Hm, Hanna. Die kannst du dich grad nicht hochnehmen. Ich hab dich in der Hand. Ich hab dich. Das Video geht bis morgen. Ja. Bei Hanna ist es jetzt warm geworden. Wir sind jetzt in der Oberstufe angekommen. Und da kommen nur die Guten rein. Okay, Leute. Das war die letzte Runde. Wie gesagt, ähm, schreibt mal gerne in die Kommentare, wer besser war. Und denkt dran, ich hab am Anfang rasiert. Und wenn rasiert wurde, dann ist schon glatt. Hanna hat am Anfang nicht so rasiert. Das heißt... Du, die hast rasiert? Und ich bin grad am Ende einfach durchgelaufen. Also, kommentiert gerne mal, wer von uns beiden besser war. Ja. Aber ehrlich eine Meinung. Leute, ich hab einfach... Ich hab so gemacht. Ja. Yo, Leute. Das ist das Video. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Hinterlasst in den Kommentaren irgendetwas. Abonniert unbedingt diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ja. Um Teil der JT Family zu werden. Das auch. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, am informativen. Tschö! jaw ihr. Und jetzt sehen wir uns beim nächsten Mal.